Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute habe ich vor, mit euch eine Meditation zu machen über Gefühle, über das körperliche Empfinden und was Gedanken für Gefühle erzeugen ist. Ich lade dich ein. Wenn du nach mir eine Meditation gemacht hast, ist das genau die richtige Meditation für dich. Fang an, deine Augen ein bisschen zu schließen. Atme tief ein, wieder aus. Einfach wie dein Tempo es dich anspricht. Was entspannt dich? Was für eine Atemübung entspannt dich? Die nimmst du und setz sie um. In dieser Meditation geht es, sich wahrzunehmen, seine Gefühle, seine Gedanken, sein Körpergefühl auch. Fühle es einfach, was der Atem für ein Gefühl in dir erzeugt. Versuch, ein entspanntes, entlassendes, ruhiges Gefühl zu erzeugen. Mit der Luft. Ent shebt sie um, was der Atem für eine Atem. Was sind die Tränen und erzeugt, Wunderband, dass die Weise sehr wichtig ist. Mit diesen Tränen hat nicht alles den Schlänen. Wer war das? Aus. Was ist die Tränen. Hast du das? Wie wichtig. Was das? Luft ist eine der wichtigsten Sachen bei einer Meditation, weil du sofort deinen Herzschlag verlangsamen kannst. Und auch schneller machen kannst. Fang an, deinen Körper warm zu nehmen. Fühle, was du fühlst. Versuch, die nicht wegzudrücken. Nimm die einfach auf wie ein Getränk, was du trinkst. Was auch immer für Gefühle gerade aufkommen, versuch dein Atem immer ruhig zu halten. Wer versucht, mir in der Meditation ein beruhigendes Gefühl zu erzeugen, die Emotionen, die wir jetzt haben, wahrzunehmen und ruhig zu stellen. Dass wir Platz schaffen, für ein ruhige, entspannte, gelassene Gefühl in unseren Körper zu erzeugen zu können, dass wir nach der Meditation mit Lassen und Ruhe und entspannt rausgehen können. Was ist das? 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 Komm immer zu deinen Gefühlen zurück. Sei präsent mit deinen Gefühlen. Vergiss nicht mit deinem Atmen dich ruhig zu atmen, dein Herz langsam aufschlagen zu lassen. Ich habe dich ruhig zu erinnern, dein Herz langsam aufschlagen, dein Herz langsam aufschlagen, dein Herz langsam aufschlagen, dein Herz langsam aufschlagen. Ich habe dich ruhig zu erinnern, dein Herz langsam aufschlagen, dein Herz langsam aufschlagen. Ich habe dich ruhig zu erinnern, dein Herz langsam aufschlagen, dein Herz langsam aufschlagen. Wir werden jetzt versuchen, unsere Konzentration auf unseren Gefühlen zu lenken, auf unseren Körper. So lernt man, zu anderen Gefühlen zu kommen. Fühle deine Handflächen. Wie fühlen sie sich an? Meine zum Beispiel kribbeln ein bisschen. Sei bewusst im Moment, sei bei deinen Händen. Wie fühlen sie sich an? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Lass die Luft ein bisschen nach drüben. Jetzt gehen wir zum Nacken, nehmen dein Nacken wahr, fühl ihn einfach, wie er es sich anfühlt. Schau, versuch mal das Gefühl zu verändern, locker mal die Schulter zu kriegen, entspannte und herrscht sofort ein anderes Gefühl in den Schultern. Untertitelung des ZDF, 2020 Atme ganz tief nochmal ein. Lass dir Zeit, halte die Luft, atme ganz langsam wieder. Nimm mal deine Füße wahr. Wie fühlst du dich an? Vielleicht auch die Socken ausziehen. Nimm deine Füße wahr. Oder vielleicht spürst du auch eine Entspannung dort. Oder eine Spannung. Oder vielleicht spürst du dich an? Amen. 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 Versuche, Entspannung zu denken. Was ist für dich Entspannung? Gehe in deinen Fuß rein. Versuche, ihn zu entspannen. Die Muskeln dort zwischen den Zehen oder die Oberfläche vom Fuß zu entspannen und locker zu kriegen. Nehmen den Geschirr ganz wahr. Nehmen den Geschirr ganz wahr. Nehmen den Geschirr ganz wahr. wichtig, dir ein gutes Gefühl dazulassen im Körper. Darum geht es bei dieser Meditation. Ich lade dich ein, mal selbst ein Körperteil auszusuchen in deinem Körper, was sich am besten anfühlt, was am besten entspannt, ruhig und entlassen sich anfühlt. Such mal den Körperteil und tauch mal in diesen Gefühl rein, weil dieses Gefühl wird dich insgesamt ruhig machen, entspannter machen. Der Trick ist, einfach dieses Gefühl zu finden, zu suchen und drinnen zu bleiben. Das ist, einfach dieses Gefühl zu finden, und drinnen zu bleiben. hast, versuch dich da rein zu fühlen. Saug es auf. Nimm es richtig auf. Das beste Gefühl, was du findest in deinem Körper. Nimm es auf. Versuch es noch entspannter, noch gelassener zu erzeugen. Deinem es auf. Versuch es. Amen. Amen. Atme ganz tief ein. Halte die Luft an. Und atme langsam wieder aus. Immer komplett dein Körper nochmal richtig wahr. Wie fühlt es sich jetzt an? Die ganzen Beobachtungen von deinem Körper. Das gesamte Gefühl, was du jetzt hochgeholt hast, wie fühlt es sich an im Körper? Die Handflächen, die Schultern, deine Füße und das, was du dir selbst ausgesucht hast. Wie fühlt es sich im Insgesamten im Körper an? Warte noch mal ganz tief ein. Halte die Luft an. 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 Amen. 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 Atme ganz tief nochmal ein. Halte die Luft an. Und atme wieder aus. Jetzt kommt noch was ganz schönes. Denkt an euren schönsten Urlaub, was ihr hattet auf diesem Leben. Wie schön war es? Wie hat es sich angefühlt? Nimm es wahr. Was habt ihr getan? Was habt ihr gerochen? Oder was habt ihr gesehen? Oder gehört? Die Vorstellung, die man erlebt hat, ist das Schönste. Man erzeugt die Gefühle so schnell, weil man es einfach schon erlebt hat und gefühlt hat. Fühlt euch einfach so wie am ersten Tag in Ruhe. Versetzt euch dort wieder rein. Was habt ihr gesehen? Was habt ihr gesehen? Wart ihr hattet? Wart ihr? Wart ihr? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020